Liebe Brüder und Schwestern, du aber bleibe bei der Bibel. Das soll heute Morgen unser Thema sein. Vor wenigen Tagen hat der Film im Westen nichts Neues, einige Oscars bekommen. Als Jugendlicher habe ich das Buch gelesen, das die Schrecken des Ersten Weltkrieges eindrücklich und warnend vor Augen stellt. Doch im Ersten Weltkrieg fanden auch Wunder statt. In der ARD-Sendung 100 Jahre Erster Weltkrieg kommt Markus Geiler zu Wort, dessen Großvater durch eine Bibel vor dem Tod gerettet wurde. Dort heißt es in der Sendung, auch sein Großvater Kurt wäre hier in Verdun gefallen, wäre da nicht diese Bibel gewesen. Die Seiten zerfetzt, das Leder gerissen, jede Nacht schlief Kurt Geiler auf dieser Bibel. Auch in jener Nacht, als all seine Kameraden getötet wurden, weil eine Granate im Unterstand einschlug. Und der Splitter flog unter seinen Kopf und wurde von der Bibel gebremst. Hätte er nicht auf ihr gelegen, dann hätte dieser Splitter mit voller Wucht seinen Kopf getroffen, dann wäre er tot gewesen. Für Markus Geiler war das ein Wunder. Es war ein Wunder. Die Bibel hat unserem Großvater das Leben gerettet. Ich könnte hier nicht stehen und diese Bibel in der Hand halten, denn es würde mich überhaupt nicht geben. Und wir sehen auf dem Bild das Geschoss, das noch in der Bibel steckt bis heute. Und solche Wunder Gottes hat es mehrfach gegeben. Hier ein anderes Beispiel. Ich war an der Front. Wir krochen von Laufgraben zu Laufgraben. Plötzlich fühlte ich einen heftigen Schlag gegen meine Brust und dann einen stechenden Schmerz. Was war geschehen? Wie gewöhnlich trug ich meine Taschenbibel bei mir in der Brusttasche. Hätte die feindliche Kugel nicht erst meine Bibel durchschlagen müssen, hätte sie ganz gewiss mein Herz getroffen. Jetzt hatte ich nur eine flache Wunde. Ich sehe darin ein Handeln Gottes. Diese durchschossene Bibel hat mir zweimal das Leben gerettet. Das erste Mal, als sie mir den Weg zu Jesus Christus zeigte und das zweite Mal, als sie die tödliche Kugel auffing. Hier trugen Männer auf den Schlachtfeldern von Verdun die Bibel im Herzen, am Herzen, am Kopf, im Kopf. Und das, ihr Lieben, fordert Timotheus, das fordert Paulus heute von Timotheus und er fordert es auch von uns. Wir stehen in einem Krieg. Wir stehen in einem Kampf. Und da ruft uns Paulus zu, bleib bei der Bibel. Sie ist dein Rettungsbuch. Wir hören auf Gottes Wort aus 2. Timotheus 3, 14-17 und wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Bibel und wir danken dir, dass du jetzt unter uns bist. Segne du, Herr, das Reden und das Hören. Amen. Wir setzen uns wieder. Drei Punkte zu dieser Predigt. Du aber bleibe bei der Bibel, denn sie ist dein Rettungsbuch. Du aber bleibe bei der Bibel, denn sie ist dein Lehrbuch. Zum Ersten. Du aber bleibe bei der Bibel, denn sie ist dein Rettungsbuch. Wir stehen in einem Krieg. Wir stehen in einem Kampf. Und der Apostel Paulus beschreibt die Endzeit als einen Sog mit Beschleunigungseffekt. Zum Ende hin, die Endzeit beginnt ja schon mit dem ersten Kommen Jesu, aber zum Ende hin wird der Sog zum Abgrund immer stärker. Bereits in seinem ersten Brief schrieb Paulus Antimotius, Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen werden. Und hier im zweiten Brief warnt er ganz ähnlich. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie sind immer auf neue Lehren aus und kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Sie kehren ihre Ohren von der Wahrheit ab und wenden sich den nichtigen Mythen zu. Das sind einige Verse aus dem dritten und dem vierten Kapitel. Wenn wir die Heilige Schrift recht verstehen, will uns scheinen, dass das dämonische Gefälle und die Möglichkeit der Selbsttäuschung umso versuchlicher wird, je mehr dieses Zeitalter dem Ende zueilt. Ja, es tobt ein Krieg, ein Kampf um unsere Seelen, ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Der Geister und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er schießt seine feurigen Brandpfeile ab und verführt uns, wie wir es gehört haben, mit verführerischen Geistern und teuflischen Lehren. Wie können wir in diesem Kampf bestehen? Wie können wir den Verführungen des Teufels widerstehen? Der Apostel gibt hier die Antwort. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Doch bei was sollte Timotheus, bei was sollen wir denn bleiben? Was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Ja, von wem hat er denn gelernt? Die Grundlagen des Glaubens, die Paulus ja gelegt hat in seinem Leben. Was schreiben denn die Apostel? Was schreibt Paulus? Was war denn seine Verkündigung? 2. Timotheus 1, 13 und 14. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir sollen uns an dem Vorbild der heilsamen Worte festhalten. Das, was da geschrieben steht, das, was verkündigt wurde von den Aposteln, sollen wir festhalten und wie einen Schatz im Herzen bewahren. Das führt uns durch diesen Kampf hindurch. Was haben die Apostel verkündigt? 1. Korinther 15, 3-4 Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist. Und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Das ist das Evangelium der Apostel. Das haben sie empfangen und das haben sie weitergegeben. Und wir sollen uns am Vorbild dieser Lehre, dieser heilsamen, dieser rettenden Worte festhalten. Was schreibt Paulus an Timotheus? 1. Timotheus 2 Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das ist die Lehre der Apostel, an der wir buchstabengetreu festhalten soll. Das sind die heilsamen Worte. Wer an diesen Mittler glaubt, der für uns in den Tod gegangen ist und der auferstanden ist von den Toten, wahrhaftig auferstanden von den Toten, wer an diesen Mittler glaubt, wird gerettet. Dem ist die Bibel das Rettungsbuch. Was schreibt Paulus noch an Timotheus? Bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Er hat von Paulus gelernt, aber nicht nur das. Denn er sagt dann weiter, und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Jüdische Eltern waren im ersten Jahrhundert nach Christus dazu verpflichtet, ihre männlichen Kinder ab dem fünften Lebensjahr in den heiligen Schriften des Tanach, also des Alten Testamentes, zu unterweisen. Timotheus hatte eine jüdische Mutter, Eunike, wir sehen hier das Bild, und eine jüdische Großmutter, Lois. Sie hatten Timotheus schon als kleinen Jungen in den heiligen Schriften des Alten Bundes unterwiesen. Wohlgemerkt, es geht hier um die Schriften des Alten Testamentes, von denen Paulus hier spricht. Und dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Ja, und dann sind Mutter und Großmutter zum lebendigen Glauben an den Messias gekommen. Und haben auch das weitergegeben an Timotheus. Natürlich auch unter der Verkündigung des Apostels Paulus, so wie wir es in der Apostelgeschichte Kapitel 16 nachlesen können. Also, das Alte Testament spricht von Jesus Christus. Denn es heißt hier ja, die heiligen Schriften, die dich unterweisen können, zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und das ist doch das Faszinierende an diesem Buch, dass es im Alten und im Neuen Testament von Christus spricht. Es ist in seiner Gänze ein Christusbuch. Denken wir an das Buch Hiob. Man würde doch dort in diesem Buch, Hiob hat zur Zeit Abrahams vielleicht gelebt, ungefähr, 2000 vor Christus. Wie finden Christus im Hiob-Buch, 2000 Jahre vor Christus, sind diese Dinge geschehen? Hiob 9, 33. Dass es doch zwischen uns, zwischen Hiob und Gott, einen Schiedsmann gäbe, der seine Hand auf uns beide legte. Da soll ein Mittler kommen. Er sehnt sich nach einem Mittler, der die Hand auf Hiob und die Hand auf Gott, den Vater legt. Und eine Verbindung herstellt. Einen Muck-Jach, einen Mittler, einen Schiedsmann. Oder Hiob 23. Würde er, Gott, mit großer Macht mit mir rechten? Nein. Er selbst würde Acht haben auf mich. Dort, also bei Gott, würde ein Redlicher mit ihm rechten. Und für immer würde ich entrinnen meinem Richter. Das ist doch das pure Evangelium. Hiob 19, Vers 25. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Jesus Christus ist der Mittler, den die Apostel verkündigt haben. Jesus Christus ist der auferstandene Erlöser, nachdem sich Hiob gesehnt hat. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich, was das für ein Buch ist? Und wir dürfen es in den Händen halten. Wir dürfen dieses Rettungsbuch lesen, studieren und erforschen. Herrlich. Das heißt aber auch für die Unterscheidung der Geister halten wir fest an dem Wort des Herrn und an der Lehre der Apostel und müssen interreligiöse Projekte wie das House of One in Berlin oder das Abrahamic Family House Project in Abu Dhabi, das jetzt vor kurzem eingeweiht wurde, als verführerische und gefährliche Zeitgeistprojekte erkennen und zurückweisen. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hier müssen wir den Nebel des Zeitgeistes teilen, mit dem Wort Gottes und daran festhalten, dass es nur einen Weg zum Vater gibt, nämlich durch diesen einen Schiedsmann, durch diesen einen Mittler, Jesus Christus. Ja, warum sollen wir denn festhalten an den Heiligen Schriften? Wir hören hier das Ziel und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Wörtlich heißt es hier, die dich weise machen kann zur Errettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die Bibel, dieses Buch, weist über sich hinaus auf den Messias Israels, auf den Gekreuzigten, auf den Auferstandenen und den Wiederkommenden Herrn. Die Bibel weist über sich hinaus auf Christus und sie will den, der dieses Buch liest, zu Christus führen und retten aus ewiger Verdammnis, aus der ewigen Gottesferne, aus den Schrecken der Hölle. Und auch hier müssen wir wieder die Geister unterscheiden. Vor kurzem, vor wenigen Tagen eigentlich, bekam ich einen Brief und da bat mich ein Bruder und sagte, bitte lies doch einmal diese Predigt. Und dann habe ich die Predigt gelesen und die ganze Predigt handelte davon, dass es die Hölle eigentlich gar nicht gibt. Denn ein Gott der Liebe würde doch niemanden in die Hölle werfen. Durch unsere Gemeinden und Kirchen wabert in vielen Spielarten die Allversöhnungslehre und eine Vorstellung von einer leeren Hölle, dass am Ende alle im Himmel sein werden. Aber Jesus ist in seinen Worten so klar, dass wir nicht daran vorbei können. Und wir müssen auch hier am Vorbild der heilsamen Worte festhalten. Matthäus 25, Vers 46 Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Es gibt eine Scheidung am Ende im Weltgericht. Und daran müssen wir festhalten. Wir können an den Worten Jesu nicht vorbeikommen. An dieser Stelle müssen wir mit dem Wort Gottes die Geister unterscheiden und diesen Allversöhnungsgeist zurückweisen. Man könnte noch viele weitere Stellen aus dem Mund Jesu und aus dem Mund der Apostel nennen. Vor zwei Wochen war ich zu Bibeltagen in Seran, in Mecklenburg. Ich wohnte in einer Ferienwohnung im Hause von Pastor Uwe und Christine Holmer. Und sie luden mich zum Kaffeetrinken ein. Und so hatte ich die Gelegenheit, etwas aus dem Leben der beiden zu erfahren. Und eine Geschichte, die er gleich zu Anfang oder relativ am Anfang erzählte, das war, dass er als kleiner Junge schon, als Fünfjähriger bei seiner Mutter an der Seite seiner Mutter in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Wismar gesessen hat und auf das Wort Gottes gelauscht hat. Und er hat dann eine Geschichte erzählt, die er auch an anderer Stelle aufgeschrieben hat. Und ich gebe das hier so weiter mit seinen Worten. Ich war etwa fünf Jahre alt. Meine Mutter war gerade beim Abwaschen und ich musste abtrocknen. Dabei erzählte ich ihr, Mama, hinter dem Haus liegt eine tote Katze. Meine Mutter erklärte mir, so ist das leider. Alle Tiere müssen sterben. Und die Menschen auch. Ich auch? Ja, du auch. Da war ich erst einmal erschrocken. Aber meine Mutter fuhr fort, du brauchst keine Angst zu haben. Wenn wir dem Herrn Jesus angehören, bringt er uns durch den Tod hindurch in den Himmel. Und da ist es viel schöner als hier auf der Erde. Seitdem will ich in den Himmel kommen. Auch heute noch. Ja, heute ist es noch aktueller für mich, denn ich bin alt. Die irdischen Ziele verblassen mehr und mehr, aber dieses Ziel ist über alles wichtig. Ich weiß, ich habe ein Zuhause. Dahin wandere ich. Das macht den Lebensweg hell, weil das Ziel hell ist. So habe ich hier keine bleibende Stadt. Er hat gesagt, ich muss sterben, aber ich habe ein Zuhause bei Gott und daraufhin lebe ich. Uwe Holmer hat als fünfjähriger Junge verstanden, das ist die Marschrichtung. Es geht in Richtung Himmel. Und da will ich hin. Er hat dann auch gesagt, er ist dann nicht gleich zum Glauben gekommen. Es hat noch Jahre gedauert, es war dann mit 19, als er dann ganz zum Herrn fand. Aber die Richtung fand, die Richtung stand fest. Und nun war ich dort zu Besuch. Der Fünfjährige von damals in Wismar ist jetzt ein 94-Jähriger. Und ich war baff. Mit welch einer Schärfe des Verstandes und mit einer Klarheit, die schon aus den Augen funkelte und aus den Worten erst recht. Und in einer Situation, wo er gerade nicht da war, da sagte Christine Holmer zu mir, und schau mal an, hier liegt ein Offenbarungskommentar. So ein dicker Schinken von Hansjörg Bräumer, ganz neu rausgekommen. Das dicke Buch war schon halb durchgelesen. Und sie sagte, er liest es von vorne bis hinten durch. Er ackert durch den Offenbarungskommentar durch, natürlich mit der aufgeschlagenen Bibel. Also, ich bin aus dem Staunen gar nicht wieder rausgekommen. Der Fünfjährige von damals, unterwiesen in der Heiligen Schrift, die Marschrichtung stand fest, und jetzt hier der 94-Jährige, der die Bibel studiert intensiv und sich durchackert und nicht sagt, ach, das kann man sowieso nicht verstehen, das ist viel zu kompliziert, ein Buch mit sieben Siegeln. Nein, ich will es wissen. Der Herr möge mir die Klarheit schenken, das zu verstehen, was da steht. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Sehen wir dieses rettende Wort auch in die Herzen der neuen Generation, der Kinder, der Jugendlichen, der Kinder und Enkelkinder, beten wir darum, dass das Wort in ihre Herzen fällt und neu aufgehen kann, dass es noch viele solche Holmers und andere geben darf, die diese rettende Botschaft im Herzen tragen. Du aber bleibe bei der Bibel, denn sie ist Gottes Buch. Stefan Felber hat in seinem Eröffnungsvortrag am Freitagabend das Dialogsystem ChatGTP erwähnt. Die Zeitung Die Welt hat jetzt unter dem Titel Das wird alles verändern, alles, ein interessantes Interview mit einem KI-Experten. Wissen Sie, was ein KI-Experte ist? Ein künstlicher Intelligenz-Experte, ein interessantes Interview geführt. Er sagt dort, dass in den kommenden fünf Jahren diese Dialogsysteme alles in den Schatten stellen werden, was wir vorher in der Geschichte der Menschheit gesehen haben. Hochtrabende Worte. Er rechnet damit, dass die künstliche Intelligenz eines Tages Bewusstsein erlangen könne oder werde. Ja, hier wird eine Art digitales Wesen erschaffen. Eine Art allwissender Weltgeist, der alles Wissen der Menschheit in sich vereint und klüger und intelligenter ist als die ganze Menschheit. Es erinnert etwas auch an Juwal Noah Harari, der in Homo Deus davon spricht, dass es die Religion der Zukunft eine Data Religion sein wird, eine Datenreligion. Und wenn man so drüber nachdenkt und das Ganze von der Bibel her betrachtet, dann hat man den Eindruck, wir haben das gestern im Vortrag von Professor Düsing gehört, hier machen die Menschen sich wieder einen neuen Gott, wie damals in Israel, wenn sie Götter aus Stein und Holz und Gold und Silber gemacht haben. Einen Datengott, allwissend und allgegenwärtig, ein neuer Götze. Vielleicht müssen auch wir Christen im Sinne der Geisterunterscheidung ganz neue Fragen stellen. Zum Beispiel die Frage, kann ein Dämon in eine Maschine fahren? Das hört sich vielleicht nach Spinnerei an, aber wir müssen nachdenken und prüfen, was ist denn alles möglich, was kann denn diese dunkle Geisterfeld und welche Waffen stehen ihr zur Verfügung? Offenbarung 13, Vers 15 Und es wurde ihm, also dem zweiten Tier gegeben, Geist zu verleihen, dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Was für ein Geist fährt hier in dieses gemachte Bild und was ist das gemachte Bild? Ich stelle nur Fragen, aber wir müssen von der Bibel her diese neuen Entwicklungen, die da kommen und die angeblich die ganze Menschheitsgeschichte in eine ganz neue Richtung bringen werden und natürlich wird das ja gepriesen bis zum Gehtnichtmehr, wie genial und intelligent das alles ist, aber blicken wir das Ganze vom Wort Gottes her und fragen uns, was machen die Menschen da? Welchen Götzen haben sie jetzt neu erfunden? Die Welt sollte über etwas ganz anderes staunen. Nicht über diesen Paradigmenwechsel, sondern über dieses Buch sollte die Welt staunen. Ein Buch, das nicht von einem Weltgeist durchdrungen ist, wie diese KI, sondern von Gottesgeist durchdrungen. das ist der eigentliche Paradigmenwechsel in der Menschheitsgeschichte, dass Gott sich durch ein Buch offenbart und das ist das, was alles in den Schatten stellt und das ist das, was wirklich verändert und wirklich rettet. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. So übersetzt die Elberfelder, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift steht hier im Urtext und damit sind alle Bestandteile der Schrift zunächst des Alten Testamentes, aber man darf es dann auch ausstrahlen lassen, dieses Wort in das Neue Testament hinein. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Theopneustos ist dieses eine Wort, es kommt nur einmal im Neuen Testament vor, ein funkelnder Diamant, an dem wir uns freuen dürfen, der uns hier entgegen strahlt. Theopneustos, das ist die Bibel und das heißt übersetzt, sie ist von Gott eingegeben, sie ist von Gott gehaucht, sie ist von Gott geatmet, sie ist von Gott durchweht, sie ist von Gott inspiriert. Was für ein Buch und wir dürfen es in den Händen halten und lesen, das stellt alles andere in den Schatten, dass wir dieses Buch haben dürfen, das ist doch einfach genial. Altbischof Gerhard Mayer schreibt dazu, die Bibel ist kein Buch wie jedes andere, die Bibel ist tatsächlich ein göttliches Reden zu Menschen aller Kulturen und Zeiten und mit Blick auf unsere Stelle hier spricht Mayer von der ganz Inspiration der Heiligen Schrift und greift damit auch das griechische Wort auf, was hier steht im Urtext. Es ist die ganz Inspiration der Schrift, die Gänze der Bibel ist inspiriert durch den Heiligen Geist und von Gott hervorgebracht. Noch einmal zitiert, es ist eben wirklich die ganze Schrift, die Gottes Geist hervorgebracht und durch weht hat. Jeder Gedanke an einen nur teilweise Inspiration bleibt ausgeschlossen. Das ist der Wort Diamant, der hier an dieser Stelle uns entgegen funkelt und sagt, dass die ganze Heilige Schrift von Menschen geschrieben, aber unter Beibehaltung ihrer persönlichen Individualität und in ganz konkreten geschichtlichen Situationen doch in allen Bestandteilen Gott ausgeatmetes, von Gott gehauchtes, von Gott durchwehtes, von Gott inspiriertes Gottes Wort. Und deshalb können wir mit Augustinus, so wie Bruder Nesvogel uns das gestern morgen lieb gemacht hat, auch bekennen, die biblischen Schriften sind göttlich gesprochen, denn Gottes Geist sprach durch Menschen an der Irrtumslosigkeit, aber dieser Schriften zu zweifeln wäre Sünde. Wenn wir die Bibel, dieses von Gott inspirierte Wort, nicht mehr Königen sein lassen und sie mit unserer Vernunft kritisieren oder sie unseren Erfahrungen, Gefühlen oder neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen belehren wollen, dann verlieren wir die Gabe der Geisterunterscheidung und liefern uns und unsere Gemeinden und Kirchen dem Zeitgeist aus. Ein kirchenleitender Mann sagte vor einigen Jahren in einem Vortrag dazu so paradox es klingt, muss ich zuerst damit ernst machen, dass die Bibel ein ganz normales Stück Literatur ist. In diesem Sinne kann die Bibel nur noch dann als Autorität anerkannt werden, wenn sie in der individuellen Lebensführung als hilfreich, Sinn und lebenserschließend erfahren wird. Und erst wenn das geschieht, dann wird mir die Bibel zu einer Autorität, zu einer heiligen Schrift. Hier wird der Anspruch der Bibel, Gottes Wort zu sein und damit verbindliche Autorität für die gesamte Menschheit in den subjektiven Bereich hinein verfrachtet und wird dem Menschen und seiner Autorität untergeordnet und wenn er je und je, wenn er eine bestimmte Erfahrung hat mit dem Wort Gottes, dann wird sie ihm subjektiv gesehen zur Autorität. Aber sie ist nicht mehr objektiv in einem objektiven Sinne Autorität. Und wenn man so die Bibel liest, dann kann man natürlich zu dem Schluss kommen, dass gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche heiraten oder ein Pfarramt übernehmen können. Obwohl die Bibel das mit 1. Korinther 6, 9 bis 11 und Römer 1, 18 ganz klar ausschließt, also Römer 1, 18 folgende, ganz klar ausschließt. Ja, diese Stellen haben eben in dem Moment nicht zu mir gesprochen, als ich diese Entscheidung getroffen habe und deshalb ist es für mich nicht verbindliche Autorität, so funktioniert das. Also mit solch einer Hermeneutik, also mit solch einem Bibelverständnis öffnen wir unsere Kirchen und Gemeinden eben all den verführerischen Lehren, den Geistern, vor denen Paulus hier den Timotheus warnt. Das ist der Türöffner. Wenn ich hier diese Ganzinspiration der Schrift und damit auch die Autorität der Schrift in Frage stelle und sie meinem subjektiven Urteil unterordne. Die Bibel ist eben kein normales Stück Literatur, sondern sie ist das einzige Buch der Weltgeschichte, das ganz und gar von Gott hervorgebracht wurde, durch seinen Geist mit Hilfe von Menschen. Deshalb dürfen wir mit Luther bekennen, die Heilige Schrift ist die Königin, sie muss herrschen und alles muss ihr gehorchen und untergeben sein. Und weiter Luther, die Heilige Schrift ist das Höchste, es ist ein göttliches Buch, voller Trost in allen Anfechtungen, denn es lehrt von Glaube, Hoffnung und Liebe, anders als es menschliche Vernunft sehen, fühlen und erfahren kann. Ach, dass ich ein guter Poet wäre, so wollte ich gerne ein köstliches Lied oder Gedicht davon machen, denn ohne das Wort ist alles nichts. Deswegen bindet uns Gott an sein gesprochenes Wort und sagt, wer euch hört, der hört mich. Da redet er von dem gesprochenen Wort, das aus dem Mund des Menschen kommt. Darum lasst uns bei diesem Mittel bleiben und Gott für die Offenbarung des Gesetzes wie des Evangeliums Dank sagen. Das wollen wir heute tun. Wir wollen Dank sagen für die Bibel. Ich habe nun seit etlichen Jahren, sagt Luther weiter, die Bibel jährlich zweimal ausgelesen. Und wenn die Bibel ein großer, mächtiger Baum wäre und alle Worte die Ästlein, so habe ich alle Ästlein abgeklopft und wollte gerne wissen, was daran wäre und was sie trügen. Und alle Zeit habe ich noch ein paar Äpfel oder Birnen herunter geklopft. Gestern sind wir der Gans an den Kragen gegangen und heute klopfen wir die Äste ab, damit noch mehr Äpfel und Birnen herunter fallen und das wollen wir mitnehmen. Wir gehen da ganz an den Kragen und wir klopfen die Äpfel und Birnen von den Bäumen der Bibel. Dazu lädt uns Paulus heute ein. Und nun kommen wir zu einem Dritten. Du aber bleibe an der Bibel, denn sie ist dein Lehrbuch, sie ist dein göttliches Lehrbuch. Und hier lernen wir jetzt, dass die Bibel einen vierfachen Nutzen in unserem Leben hat. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu allem guten Werk geschickt. Sie ist nützlich zur Lehre. Ich habe ein kleines Experiment gemacht, ich habe Chat GTP gefragt, gibt es mehr als zwei Geschlechter? Ich habe eine Antwort bekommen von dieser Superintelligenz. Ja, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Die Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich, ist eine Vereinfachung und nicht ausreichend, um die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsausdrücken in der menschlichen Gesellschaft zu erfassen. Ihr Lieben, wir haben den Auftrag, die Geister zu unterscheiden. Wir nehmen die Bibel in die Hand und wir fragen den lebendigen und allmächtigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus, Herr, gibt es mehr als zwei Geschlechter? Und die Antwort lautet, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Ist das nicht herrlich? Und dann schauen wir uns alle an, wie wir hier untereinander sitzen und wir sehen Männer und Frauen. Und die Antwort der Bibel deckt sich mit der wahrnehmbaren Realität, mit Biologie und Genetik. Das ist Wahrheit, was hier steht und das befreit. Und so unterscheiden wir die Geister und demaskieren die dämonischen Mächte, die hinter den Ideologien unserer Zeit stehen. Die Heilige Schrift ist nützlich zur Zurechtweisung. Ich erinnere mich noch gut an eine Situation, da habe ich ein Zornes ausbruch bekommen. Meine Kinder und Tanja und ich saßen am Esstisch morgens und es war eine Situation, die so herbeikam, dass auf einmal ich voller Zorn aufstand und eine Standpauke gehalten habe und meine Emotionen in keiner Weise unter Kontrolle hatte. Danach sind die Kinder in die Schule gegangen, waren weg, ich habe mir meine Bibel genommen und hätte ich vielleicht vorher machen sollen und las dann, das war meine fortlaufende Bibellese, Sprüche 25 und am Ende dieses Abschnitts heißt es ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Oh, das hat so richtig gesessen. Ich dachte, die Kinder seien schuld und Gottes Wort zeigte auf mich und sagte, korrigier dich, verändere dein Leben, lass dich nicht 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 dem Geist des Zorns mitreißen, von deinen Gefühlen. Auch da muss Geiste Unterscheidung, Geistes Unterscheidung stattfinden. Wir müssen bei uns anfangen. Die Heilige Schrift ist nützlich zur Besserung. 14 Jahre habe ich mit Joachim Kochlovius zusammengearbeitet und ich habe manche Lektion gelernt. Und wie wir alle wissen, dass er immer wieder gepredigt hat, die Frau ist die Hilfe des Mannes. Denn so steht es geschrieben, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die um ihn sei, beziehungsweise die ihn ergänzt. Und Joachim und Lieselotte haben das nicht nur gepredigt, sondern die haben das gelebt. das konnte ich in 14 Jahren immer schön ablesen an ihrem Miteinander und auch am gesamten Miteinander und das ist mir eine deutliche und nie zu vergessene Lebenspredigt. Erstmal, dass hier ein Mann und eine Frau Gottes sind, die das, was sie predigen, auch leben und dass ich selber von diesem Vorbild auch lernen konnte und sagen konnte, Ja, so will ich es auch machen. Das überzeugt und ich habe das manches Mal erlebt, dann fragst du deine Frau und dann kommt Kritik und du singst in dich zusammen und sagst, das gibt es doch nicht. Ist das unbequem, wenn man seine Frau fragt. Aber wenn man dann zum Herrn kommt und sagt, Herr, hilf mir, dann ist es auf einmal nützlich uns verändert und es bessert und dann wird man auf einmal ein Stückchen klüger und begreift, warum es da steht und was die beiden gemeint haben, wenn sie das in ihren Eheseminaren immer wieder betont haben. Die Heilige Schrift ist nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir an diesem Wort dranbleiben, dann lässt es uns in entscheidenden Situationen das Richtige tun. Und ich schließe deshalb an diesem vierten Punkt mit dieser bekannten Geschichte von Pastor Holmer und seiner Frau, als sie von der Kirchenleitung gefragt wurden, ob sie bereit wären, Margot und Erich Honecker in ihrem Haus beziehungsweise in Lobetal aufzunehmen. Und natürlich gab es ordentlich Gegenwind, ist ja klar. Aber sie ließen sich vom Wort Gottes leiten in dieser Frage. Und ich lese hier noch einmal vor von Uwe Holmer, was er darüber geschrieben hat. In Lobetal steht eine Nachbildung Jesu Christi. Wie er alle Menschen einlädt und ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Pastor von Bodelschwing hat aufstellen lassen und seinen Mitarbeitern zugerufen, dass ihr mir keinen abweist. Wir sind von unserem Herrn aufgefordert, ihm nachzufolgen und uns all derer anzunehmen, die mühselig und beladen sind, seelisch und körperlich, besonders aber derer, die obdachlos sind. Wir sehen uns in dieser Entscheidung aber auch verpflichtet durch Jesu Vorbild im Blick auf seine Einkehr bei dem Zöllner Zachäus, durch sein Gebot der Feindesliebe und dadurch, dass er uns angeleitet hat, zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Erich und Margot Honecker hatten es nicht verdient aufgenommen zu werden, aber Uwe Holmer und seine Frau ließen sich vom Wort Gottes leiden und taten so das, was in Gottes Augen gerecht ist. Das ist das Ziel der Heiligen Schrift und dazu ist sie nützlich, dass sie uns auch in diesem Leben das tun lässt, was wir tun sollen, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und jetzt noch ein paar praktische Dinge. Paulus schreibt an Timotheus über die Verführer, die den Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Solche Menschen meide. Wir müssen bestimmte Dinge meiden. Meide das, was dich von der Bibel und Christus abhält und wegziehen will. Reserviere dir an jedem Tag eine Zeit, wo du mit Gott zusammen bist und in der Bibel liest. Besorge dir einen guten Bibelleseplan, zum Beispiel auch einen chronologischen Bibelleseplan, der dich in einem Jahr oder in einem Zeitabschnitt durch die Bibel führt. Lies und erforscht das Alte und das Neue Testament beides und finde Christus in beiden. Lerne Bibel Verse auswendig. Bleib kein Einzelkämpfer, sondern suche Kontakt mit anderen Christen in Hauskreisen und natürlich eine Gemeinde, wo das Evangelium klar und rein verkündigt wird und das Wort Gottes nicht historisch kritisch, sondern biblisch historisch ausgelegt wird. Und nun könnte man noch einiges weiteres mehr aufführen. Ich fasse noch einmal zusammen. Du aber bleibe an der Bibel, denn sie ist dein Rettungsbuch. Sie macht dich weise zum Heil in Christus und führt dich in Gottes ewige Stadt. Du aber bleibe an der Bibel, denn sie ist Gottes Buch. Sie ist das Einzige, und Einzigartige Buch der Menschheits Geschichte, dessen Autor von der ersten bis zur letzten Seite Gott ist. In diesem Buch redet der lebendige Gott mit dir und das macht kein anderes Buch der Weltgeschichte. Du aber bleibe bei der Bibel, denn sie ist dein göttliches Lehrbuch. Sie ist das Buch, das die Kraft hat, dein Leben zu verändern und dich umzugestalten, damit du der Mensch wirst, den Gott aus dir machen möchte. Amen.